Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuwendungsempfänger, die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe möchte Ihnen mit diesem Video den Einstieg in Ihr Projekt erleichtern. Die folgenden Erläuterungen betreffen Vorhaben, die auf Kostenbasis gefördert werden. Wir wollen Ihnen damit erläutern, welche administrativen Schritte jetzt und später für Sie anstehen und was dabei zu beachten ist. Anhand von drei Meilensteinen auf dieser Zeitachse gehen wir mit Ihnen wesentliche Fragen durch. Die Präsentation unterscheidet in die Zeiträume vor dem Projekt, während der Projektlaufzeit und nach Abschluss des Vorhabens. Zunächst aber herzlichen Glückwunsch! Sie haben von uns den Zuwendungsbescheid für Ihr Projekt erhalten, nachdem Ihr Antrag erfolgreich begutachtet wurde. Jetzt ist es an der Zeit, den Projektstart gewissenhaft vorzubereiten. Mit dem Zuwendungsbescheid warten eine Reihe von Anforderungen auf Sie. Zunächst ist es wichtig, den Zuwendungsbescheid ebenso wie die übersandten Nebenbestimmungen und Anlagen gründlich durchzulesen und sich mit den Regularien vertraut zu machen. Sofern es dazu Fragen gibt, wenden Sie sich gern an Ihre Projektbetreuerin oder Ihren Projektbetreuer bei der FNR, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bevor der Zuwendungsbescheid Rechtskraft erlangt, ist es erforderlich, die zusammen mit dem Zuwendungsbescheid übersandte Empfangsbestätigung auszufüllen und rechtsverbindlich unterzeichnet an die FNR zurückzusenden. Für die Bearbeitung Ihres Vorhabens und die Abwicklung der Zahlungen setzen wir die Bundessoftware ProfiOnline ein. Wir bitten Sie, Ihren Zugang dafür zu beantragen. Die entsprechenden Unterlagen finden Sie als Anlage in Ihrem Zuwendungsbescheid. Wichtig ist, dass Sie die Stellenbesetzung rechtzeitig angehen. Häufig müssen Projektlaufzeiten mit erheblichem Aufwand verschoben werden, weil geeignetes Personal zum Projektstart nicht zur Verfügung steht. Deshalb die herzliche Bitte, starten Sie die Stellenbesetzung frühzeitig. Gleiches gilt für die Beschaffung von Geräten und Material, sofern Ihnen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie nicht nur die Regelungen im Zuwendungsbescheid, sondern insbesondere auch die notwendigen Vergabeverfahren. Sofern sich der Projektstart, aus welchen Gründen auch immer, verzögert, teilen Sie es uns bitte umgehend mit. Und last but not least, sofern Sie ein Verbundvorhaben gemeinsam mit Dritten durchführen, benötigen wir die zwischen Ihnen und Ihren Verbundpartnern ausgehandelte Kooperationsvereinbarung innerhalb der nächsten acht Wochen. Den Rahmen für die administrative Umsetzung Ihres Vorhabens gibt das Zuwendungsrecht vor. Konkret relevant für Sie sind der Zuwendungsbescheid für Ihr Projekt und die darin getroffenen Festlegungen. Des Weiteren gelten die Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Projektförderung, die auch für die von uns betreuten Projekte angewendet werden. Diese Nebenbestimmungen kürzen wir nachfolgend mit NKBF ab und gehen nachfolgend mehrfach darauf ein. Darüber hinaus sind die Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis maßgeblich. Die NKBF haben wir Ihnen zusammen mit dem Zuwendungsbescheid zur Verfügung gestellt. Die Richtlinien liegen Ihnen zusammen mit der Aufforderung zur Antragstellung vor. Um den administrativen Aufwand für Sie wie auch für uns zu begrenzen, nutzen wir die Projektsoftware ProfiOnline. Bei ProfiOnline handelt es sich um ein Verfahren zur Abwicklung für Zuwendungen des Bundes. ProfiOnline ist ein hybrides Werkzeug. Sie reichen darüber Ihre Dokumente bei uns ein. Zusätzlich ist jedoch ein rechtsverbindlich unterschriebener Ausdruck per Post einzureichen. Über ProfiOnline wickeln Sie wichtige administrative Aufgaben ab. Dazu zählen Zahlungsanforderungen, Zwischennachweise, Zwischen- und Schlussberichte sowie Verwendungsnachweise. Die Software nimmt eine Plausibilitäts- und Vollständigkeitsüberprüfung vor. Sie ermöglicht Ihnen, den aktuellen Bewilligungsstand Ihrer Unterlagen einzusehen. Und bietet Ihnen eine Übersicht über die fälligen Termine für Zwischennachweise, Zwischen- und Schlussberichte sowie Verwendungsnachweise. Eingangs baten wir Sie darum, einen entsprechenden Zugang dafür einzurichten. Das entsprechende Formular für die Freischaltung von ProfiOnline haben wir Ihnen zusammen mit dem Zuwendungsbescheid zur Verfügung gestellt. Kommen wir zur wohl wichtigsten Phase, der eigentlichen Projektlaufzeit. Wir gehen nachfolgend auf die Bewirtschaftung der Finanzmittel und die zu erbringenden Nachweise ein und geben Ihnen Tipps zur projektbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit. Zur eben diskutierten kassenmäßigen Bereitstellung gehört natürlich die Verwendung der Haushaltsmittel durch Sie. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die bewilligten Gelder von Ihnen gemäß dem Arbeits- und Zeitplan benötigt und abgerufen werden. Bitte denken Sie daran, die jährliche Haushaltsführung des Bundes bedeutet, dass nicht abgerufene Mittel nicht ausgegeben werden können. Das bedeutet, sofern Sie die geplanten Mittel in Folgejahre verschieben müssen, können wir dieses Geld anderen Antragstellern nicht zur Verfügung stellen. Bitte haben Sie deshalb Verständnis, wenn wir mit Mittelverschiebungen sehr zurückhaltend umgehen und Sie nicht ungeprüft veranlassen können. Die sogenannte kassenmäßige Bereitstellung ist ein Haushaltsbegriff. Er teilt das Gesamtbudget Ihres Projekts, das in der Regel über mehrere Jahre läuft, in einzelne Haushaltsjahre auf. Hintergrund ist die jährliche Haushaltsführung des Bundes, die eine Zuordnung der Projektmittel zu den im Bundeshaushaltsgesetz festgelegten Titelansätzen erforderlich macht. Mit der kassenmäßigen Bereitstellung stellen wir Ihnen also für jedes Kalenderjahr eine festgelegte Fördersumme zur Verfügung. Dieses Budget ist nicht positionsbezogen. Ungeachtet dessen kann es natürlich nur im Rahmen der von uns genehmigten Gesamtfinanzierung verwendet werden. Eine Anpassung der kassenmäßigen Bereitstellung ist nur nach vorheriger Zustimmung durch uns möglich. Sofern die kassenmäßige Bereitstellung geändert werden muss, beantragen und begründen Sie das bitte rechtzeitig und senden uns in diesem Zuge Ihren Vorschlag für eine angepasste Gesamtvorkalkulation für Ihr Vorhaben. Wir werden diesen Antrag prüfen, auch vor dem Hintergrund der uns insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel für die betreffenden Haushaltsjahre und Sie über die Entscheidung entsprechend informieren. In der Regel werden Sie die notwendigen Finanzmittel also kontinuierlich bei der FNR anfordern. Das Finanzmanagement dient uns zugleich als Controlling-Instrument. Sofern wir feststellen, dass der Mittelabruf unregelmäßig stattfindet und von den Finanzierungsplänen abweicht, sprechen wir sie an, um die Ursachen dafür zu analysieren. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Seine Einzelansätze dürfen jedoch jeweils um bis zu 20% überschritten werden. Allerdings bleibt die Gesamtfinanzierung davon unberührt. Entsprechende Überschreitungen müssen also durch Einsparungen bei anderen Einzelansätzen kompensiert werden. Eingesparte Personalmittel dürfen im Regelfall allerdings nicht herangezogen werden, um zusätzliche Kosten in anderen Positionen auszugleichen. Überschreitungen von mehr als 20% sind vorab durch uns zustimmungspflichtig. Wir empfehlen Ihnen entsprechende Anpassungen auch am Arbeits- oder Zeitplan rechtzeitig mit den Sie betreuenden fachlichen Referentinnen oder Referenten zu besprechen. Hier fassen wir für Sie nochmal alle abstimmungsrelevanten Änderungen zusammen. Sie betreffen die kassenmäßige Inanspruchnahme, Positionsüber- oder Unterschreitung über 20%, den Arbeits- und Zeitplan, die Zielsetzung Ihres Projekts sowie die Projektleitung und die administrative Bearbeitung. Kommen wir zu den Zahlungsanforderungen, mit denen Sie die bewilligten Gelder bei uns anfordern. Das Verfahren ist in Nummer 2.6.1 der oben angesprochenen NKBF geregelt. Details können Sie dort nachlesen. Die Zahlungsanforderung leicht macht Ihnen und uns ProfiOnline. Nutzen Sie deshalb bevorzugt dieses System. Momentan ist aber auch noch die manuell ausgefüllte Version zulässig. In beiden Fällen gilt, Ihre Zahlungsanforderung muss rechtsverbindlich unterschrieben sein. Mittel können immer erst angefordert werden, nachdem die Kosten angefallen sind. Legen Sie dazu vierteljährlich eine Zahlungsanforderung vor, mit der Sie die im vorhergehenden Zeitraum entstandenen Kosten geltend machen. Im Zuwendungsbescheid bewilligte, aber gesperrte Mittel können natürlich erst abgerufen werden, nachdem sie von uns freigegeben worden sind. Wesentliches Detail der Zahlungsanforderung ist die hier dargestellte Tabelle, die die bisherigen Kosten, den jeweiligen Kostenpositionen, aus ihrer Gesamtvorkalkulation zuordnet. Spalte 1 entspricht den Positionen der Gesamtvorkalkulation aus Ihrem Zuwendungsbescheid. In Spalte 2 summiert ProfiOnline die im Haushaltsjahr bereits abgerechneten Kosten in Ihrem Projekt auf. Es sind in jeder Zahlungsanforderung die bisher im Haushaltsjahr entstandenen Kosten, kumuliert in Spalte 3, einzutragen. ProfiOnline erleichtert Ihnen und uns zudem die Arbeit, indem es eine Plausibilitätsprüfung durchführt und Auffälligkeiten kenntlich macht. Spalte 4 ist für Sie nicht relevant, sondern wird von uns für etwaige Korrekturen genutzt. Richten wir einen Blick auf die Zwischennachweise. Sie sind in der Regel nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres zu erstellen und bestehen aus einem Sachbericht zum Projektfortschritt und einem zahlenmäßigen Nachweis. Den zahlenmäßigen Zwischennachweis legen Sie der FNR ebenso wie die Zahlungsanforderung bitte möglichst über ProfiOnline sowie zusätzlich als rechtsverbindlich unterzeichnetes Dokument vor. Für den jährlichen Sachbericht steht Ihnen im Formularschrank im Förderportal des Bundes eine entsprechende Vorlage zur Verfügung. Der Sachbericht kann kurz gehalten werden und sollte die wesentlichen Ergebnisse des Vorhabens erläutern. Er sollte den aktuellen Stand zum Berichtstermin darstellen. Der Berichtszeitraum entspricht deshalb nicht dem Haushaltsjahr, sondern der Zeit zwischen zwei Berichtsterminen. Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus einer Nachkalkulation. Falls Sie pauschalierte Gemeinkostenzuschläge abrechnen, müssen Sie die für das Projekt geleisteten Arbeitsstunden nachweisen. Erstzuwendungsempfänger müssen mit dem ersten Zwischennachweis die Stundennachweise, die ausgefüllten Vordrucke zur Ermittlung des Jahresstundensatzes und eine Übersicht über die Personalkosten vorlegen. Ansonsten sind die Belege vorzuhalten und nur auf Anforderungen vorzulegen. Auch für den zahlenmäßigen Nachweis einschließlich der oben genannten Belege finden Sie eine Vorlage im Formularschrank im Förderportal des Bundes. Die für Ihr Vorhaben geltenden Termine und Fristen fassen wir hier nochmal zusammen. Regelmäßig für das vorangegangene Kalendervierteljahr erwarten wir Ihre Zahlungsanforderungen für das Projekt. Hier sind die Hinweise gemäß Nummer 2.6.2.1 NKBF zu beachten. Rechtzeitig vor Kassenschluss der Bundeskasse im Haushaltsjahr ist die jeweils letzte Zahlungsanforderung bis spätestens zum 15. November einzureichen. Die voraussichtlichen Kosten für das vierte Quartal müssen daher geschätzt werden. Die Termine für vorzulegende Zwischenberichte entnehmen Sie bitte Ihrem Zuwendungsbescheid. Der Zwischennachweis für das vorangegangene Jahr ist jeweils zum 30. April vorzulegen. Inwieweit die kassenmäßige Bereitstellung mit dem Projektverlauf korreliert, prüfen wir regelmäßig im September. Dazu bitten wir Sie, bis zum 31. August eines jeden Jahres abzuschätzen und uns mitzuteilen, inwieweit die kassenmäßige Inanspruchnahme der Mittel im Haushaltsjahr erfolgen wird. Bei absehbaren Abweichungen ist diese Mitteilung sofort erforderlich. Öffentlichkeitsarbeit ist den Geldgebern, also den Bundesministerien, aber auch uns als Projektträger, sehr wichtig. In einigen Fällen werden wir auf sie zukommen, wenn wir das Projekt und gegebenenfalls Ergebnisse daraus breiteren Zielgruppen nahebringen wollen. Seien Sie aber versichert, dass wir über rein formale Veröffentlichungen zum Projekt hinaus nichts unternehmen, was nicht im Vorfeld mit Ihnen abgestimmt ist. Von individuellen Ausnahmen abgesehen, möchten wir Sie ausdrücklich ermuntern, auch selbst über das Projekt und Ergebnisse daraus in der Öffentlichkeit zu berichten. Dabei sind jedoch einige Vorgaben einzuhalten. Grundsätzlich sind das fördernde Ministerium, die FNR als Projektträger sowie das jeweilige Förderkennzeichen zu benennen. Bei Print- und Online-Publikationen sowie anderen sichtbaren Medien sind dafür die sogenannten Förderlogos mit dem Zusatz gefördert durch und aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages zu verwenden. Sofern es für das Förderprogramm ein eigenständiges Logo gibt, bitten wir Sie, auch dieses entsprechend zu verwenden. Wenn Ihr Projekt zu Ende geht, steht zu hoffen, dass die erzielten Ergebnisse Ihre Erwartungen vollumfänglich erfüllen. Sie werden sie in Ihrem Schlussbericht angemessen darstellen und möglicherweise auch weitere Publikationswege beschreiten. Darüber hinaus sind einige weitere Aspekte relevant, auf die wir gern näher eingehen wollen. Der von Ihnen vorzulegende Verwendungsnachweis für Ihr Projekt besteht aus einem inhaltlichen Teil, dem fachlichen Schlussbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. Der Schlussbericht selbst sollte kurz und prägnant erfolgen. Eine entsprechende Vorlage sowie Richtwerte zu seiner Erstellung können Sie dem entsprechenden Merkblatt im Formularschrank im Förderportal des Bundes entnehmen. Er wird ergänzt durch einen sogenannten Erfolgskontrollbericht. Auch hierfür finden Sie eine Vorlage im Formularschrank. Sämtliche Dokumente sollten uns wie gehabt über Profi Online zu gehen. Der zahlenmäßige Nachweis erfordert zudem eine rechtsverbindliche Unterschrift. Zum Schluss möchten wir auf die Termine und Fristen eingehen. Der Termin für die Vorlage Ihres Abschlussberichts ist im Zuwendungsbescheid für das Projekt festgelegt. Den Verwendungsnachweis für Ihr Vorhaben senden Sie bitte bis spätestens sechs Monate nach Ende der Projektlaufzeit an die FNR. Uns bleibt Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Wir hoffen, Ihnen einige Aspekte für die Projektbearbeitung erläutert und die eine oder andere Hilfestellung gegeben zu haben. Vor allem wünschen wir Ihnen aber viel Erfolg bei der Durchführung Ihres Vorhabens. Gern sind wir für Sie da, für Fragen, Hinweise und Empfehlungen rund um Ihr Projekt, aber auch darüber hinaus. Sprechen Sie uns gerne an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.